als nächstes habe ich ein stecken teleporter für euch an der folgenden stelle und zwar hier das müsste der letzte im neuen gebiet sein wenn mich nicht alles täuscht ich glaube ich habe sie jetzt alle genommen wenn es der fall ist bekomme ich gleich einen erfolg ok wie machen wir das wir müssen mit dieser kanone schießen ich kann mit ihnen schießen wir müssen die gute frau hier anquatschen die quatscht euch voll erklärt irgendwas blablabla und dann stellt sie euch drei fragen ihr müsst diese fragen richtig beantworten dann könnt ihr die kanone benutzen erste frage müsst ihr antworten drei tische danach sagt ihr drei und zu guter letzt sagt ihr ja die blume ok das ist gewesen jetzt die die kanone benutzen und mit der kanone schießen wir jetzt einfach nur in die richtung es war schon jetzt haben wir das ganze freigeschaltet und wir können ja da rein und haben einen neuen teleporter wie ich schon sagte das müsste jetzt der letzte gewesen sein und genau so ist es deswegen der erfolg alles klar ich danke euch fürs zuschauen tschau tschau bis zum nächsten mal